Zur 30. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit Arabien, vormals Ägypten, ich bin der Palzi. Ich nehme diese Folge das zweite Mal auf, weil das Spiel abgeschmiert ist und in dem Fall muss ich auch sagen, glücklicherweise. Ich hatte nämlich ein Diplomatie-Spiel um Konstantinopel gestartet, denn die Osmanen sind Protektorats Italien, die sind in einem Diplomatie-Spiel in Indonesien. Ihr Verbündeter Frankreich befindet sich auch in einem Diplomatie-Spiel im Senegal und zwar gegen Großbritannien. Das ist ja schon mal prima. Und wenn man sich dann die Konstellation hier mal anguckt, Staat erobern, Frankreich, also Osmanische Reich, Italien, ist klar, dass sie einsteigen. Frankreich ist in einem Krieg mit Großbritannien und ist in dem abgestürzten Spielstand auch tatsächlich nicht eingestiegen, Gott sei Dank. Dafür Russland und neben Russland auch noch Hannover. Und das ist insgesamt dann doch schon ein Problem, denn Hannover ist zwar auch noch auf Linie, achso, wie viele Regimenter haben die? Das heißt, wir sind jetzt Pi mal Daumen bei 500 und dann noch die 125 vom Osmanen, ohne Wehrpflichtige. Falls die einberufen werden, dann halt noch mal mehr, insbesondere bei Russland noch mal 400. Das heißt, das ist eine ganze Latte. Aber wie ist das gelaufen? Wir haben fünf Generäle. Ich habe, wie gehabt, den großen Nil-General hier in die Front. Das hat da auch recht gut geklappt. Wir haben hier unten Gebietsgewinne. Ich habe den Arabien-General hier an die Konstantinopelfront gesetzt und die anderen dann noch ein bisschen aufgeteilt und dabei aber auch den einen General zurückgehalten für Marineinvasionen. Marineinvasionen gehen aber gar nicht. Russland hat 179 Flottillen und da kommen wir nicht gegen an. Also da ist nicht eine Marineinvasion durchgekommen, die ich versucht hatte. Und Kriegsverlauf war, wie gesagt, hier Gebietsgewinne, hier statisch. Hier an der Front war es so, ich weiß nicht, ob das dann einfach nur Pech war oder ja, A-N-G, wie es so schön heißt. Aber wir sind nicht in Konstantinopel reingekommen. Ganz im Gegenteil, sie sind zurückgedrängt worden, sodass sich diese Front nach Konstantinopel mit der vereinigt hat. Und dann ist lange Zeit, sodass es halt hier wirklich eine Front war und dann ist lange Zeit nichts passiert, bis es in Österreich einen Aufstand gab. Da hat dann der Russe seine Truppen abgezogen, um Österreich zu unterstützen und tatsächlich dann hier ein paar mehr Gebietsgewinne gemacht. Hier war es immer noch statisch und mit ein bisschen Glück dann tatsächlich hier die zweite Front, äh, die dritte Front. Es waren ja dann zwei, eine hier, eine da und hier ist die dritte Front wieder aufgegangen. Das ist aber so spät passiert, dass dann der Österreich-Krieg vorbei war und der Russe wieder zurückkam und dann tatsächlich mit 370 Bataillonen in Konstantinopel stand. Ja, in der Zeit natürlich, wir haben kein Dicking-Wurst-Korps gekriegt. Dadurch, dass Italien als Kriegsziel ausgegeben hatte, in den Vertragshafen in Hüderwendiger haben die Ticking-Wurst-Korps gehabt, sodass das halt insgesamt sehr schlecht aussah und dann hat sich Gott sei Dank das Spiel verabschiedet und ich habe nicht davor zurückgeschickt, die Autosaves nicht zu reaktivieren. So, ähm, während des Krieges, was ist auch noch passiert? Ähm, es gab auch noch zwei Rückschläge und zwar einmal Charles-Marie Napoleon de Beaufort d'Opoul ist gestorben und das wird einfach nicht angezeigt. Also hier ploppen während des Krieges so viele Anzeigen auf, dass ihr eure Generäle nicht mal richtig seht oder ich in dem Fall und auch unser Arabien-General ist gestorben und das hatte ich auch nicht bemerkt. Deshalb sind die nämlich auch überhaupt hier erst rübergekommen. Naja, Moral von der Geschichte ist, wir brauchen definitiv zwei Generäle jeweils an den Fronten und einen da. Sollten aber nichtsdestotrotz, da Frankreich im Diplomatie-Spiel gegen Großbritannien ist, die Gunst der Stunde zu nutzen versuchen und hier das Diplomatie-Spiel starten. Ähm, durch die, durch den Krieg, die Flottenüberlegenheit, werden wir auch keine Rohstoffe mehr reinkriegen. Das wird alles zusammenfallen. So. Ähm, wir haben hier im Hauptquartier 90 Truppen und das reicht einfach nicht, das hier mit Zansch ist verkehrt. Ich weiß nicht, was der Müll soll. Anatolien haben wir einen und der reicht auch aus. Stufe 1, um die zu kontrollieren. Der 19er ist im Nil-Hauptquartier. 19 und 60, das heißt, die 90 werden nicht mal ausgenutzt. Das heißt, ich bin gewillt, den sogar noch zu befördern. Und dann haben wir jetzt nämlich 36,54. Und die beiden, er ist Offensivplaner, Ebenenkampf haben wir an der Front nicht, aber der kann dann, naja, der kriegt Offensive, Defensive, aber in der Heimat. Den können wir dann auf Verteidigung setzen, während wir Fuat Al-Tawari hier hinsetzen, um anzugreifen. Ähm, Arabien. Der Araber wird zusammen mit dem anatolischen General hier an die Freund kommen. Das ist, er ist Offensivplaner und er allerdings auf. Was ist mit Fefsi Farid? Der ist Defensivstratege, der soll aber die andere Front hier halten. Ähm, bin aber gewillt, beide noch auf 20 Truppen aufzurüsten. Dazu müssten wir ein paar Kasernen noch bauen. Und zwar hätte ich gerne hier unten ein paar mehr. Wie sieht denn das aus? Sortieren wir hier mal wieder nach Bauern. Falls die Lübe scheißt. Ja, ich weiß. Muss man aber. Und zwar mit Alt-Klick in Uganda können wir einen. Und dann mach hier noch haben wir irgendwo keine. Grabenbruch. Afrikanischer Grabenbruch. Wir brauchen ja noch drei jetzt. Also einen in Kasembe, einen in Lindy, einen da, einen da. Ne, das sind genau fünf. Dann geht das auf 20. Und dann hätte ich aber gerne in Anatolien auch noch ein paar. denn das sind mir zu wenig. Damit kommen wir insgesamt fünf, fünf, sechs und eins. haben wir noch auf Zypern Einwohner. Ja, haben wir. Wie sieht denn das in Adana aus? Adana hat eigentlich genug, dass wir hier zumindest mal 18 Truppen haben. so. Die sollten jetzt alle vorne stehen und kommen auch. Möchte aber, dass die Afrikanischen zuerst kommen. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder laufen lassen. Abmarsch. So, wir kommen gleich in die erste Phase rein. Da ist Hannover mit drin und, äh, ja, ich habe auch in der Folge davor, oder, ich weiß nicht, ob direkt der Folge davor war, als wir Eroberungen gemacht haben, wenn man die Diplomaten ausweist, gibt das Verrufenheit und das habe ich überhaupt nicht beachtet. So, dass wir jetzt schon eine Verrufenheit von 63 haben. So, falls das da nicht hinhaut, ähm, ach, das wird schon hinhauen, was ich auf jeden Fall gerne noch hätte, als Kriegsziel, ist, also, Beeinflussung kann man sehen, geht nicht, können niemanden beeinflussen, zu unseren Gunsten. Russland, nee, ist alles rot, aber die werden eh auf der anderen Seite einsteigen. So, ich möchte definitiv den Anerkennungszwang auch noch und ja, dann schauen wir mal, was da noch passiert. Moderne Krankenpflege ist freigeschaltet und da ist Russland auf der Seite von Italien eingestiegen. So, dann, ähm, Militär, nee, hier, die Frage ist, stellt mal um auf Erste Hilfe und ich sage ja und wir werden da Österreicher massiv Opium bei uns rausholt, wenn man guckt, 385, 375, den Handelsvertrag mit Österreich beenden. So, Italien brauchen wir die Beziehungen nicht weiter beschädigen, auch mit Russland nicht, können wir mal gucken, ob wir jetzt wieder was verbessern können mit Großbritannien, mit Frankreich, hier geht überall nichts, ist erstmal okay und dann, ja, stehen wir jetzt schon ziemlich blöd da insgesamt. Ich mobilisiere noch nicht, ich weiß, dass die Fronten unbesetzt sind, ich sehe das, die Kasernen sind jetzt schon durch, müssen natürlich noch die Leute ranschaffen, Zansch hat 20 schon, hier müsste es auf 18 hoch gehen, 17, 18 gleich, ich überlege jetzt, ob ich in Zansch noch weitere, äh, weiteres Militär spendiere und den General dann dementsprechend auch befördere, denn der ist an sich relativ gut, Defensivstratege, Waldkampfexperte und erfahrene Offensivplaner, der kriegt eine Beförderung und dann gucken wir nochmal, ob wir noch weitere Kasernen raussämmeln können, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ups, 8, Kasernen nochmal und Grabenbruch hatte wie viele Leute? Nicht so viel, das waren 8, aber gib mir nochmal 2, bitte, dann haben wir da zumindest eine 30er Armee noch so und jetzt sollten wir dann auch anfangen zu mobilisieren du bist der Araber oder fangen wir einfach hier an du bist der Ebenenkampfexperte und kannst eh nichts reißen du bist erfahrener Offensivplaner am Nil und du wirst hier die Front voranbringen während Charles Marie Napoleon de Beaufort du Pool die gleiche Front verteidigt wenn dann da jemand stirbt wieder ohne dass ich es merke dass da auf jeden Fall Sicherheit da ist so du bist ähm der Zandschmann und du wirst diese Front einfach nur verteidigen dann haben wir noch den in Anatolien der soll da verteidigen und unser Araber da voranbringen so dann weiter ne Österreich es gibt keinen Handelsvertrag du kannst schön dafür bezahlen sind wir jetzt schon oder ich hab die Kriegsreparation mal wieder verpasst ne na egal da hab ich nicht aufgepasst jetzt müsste es dann jeden Moment losgehen was ist denn versprochen worden Italien hätte wieder gerne den Vertragshafen wie beim letzten Mal und Russland hätte gerne den Vertragshafen in Sansibar Gummi in Tansania wir haben in Tangangjika erfolgreich Kautschuk angebaut etwas was angesichts der Empfindlichkeit der Bäume und der schwierigen Bedingungen unter denen sie wachsen außergewöhnlich ist na dann bitte Migrationsanziehung so und jetzt geht's los wie gesagt wir haben überhaupt keine Chance auf See das heißt da lohnt es sich gar nicht irgendwas zu probieren wir müssen einfach nur hoffen dass da mit den Fronten alles glatt geht und jetzt ihr seht es das ist jetzt aufgepoppt dadurch ist alles nach unten gerutscht das schlechte an der UI ist die kann man nicht ausblenden gut den können wir hier wegmachen krankheiten unter den verwundeten die zahl der todesfälle unter den verwundeten soldaten durch krankheiten ist in die höhe geschnellt minus 20 prozent geniegrisungsrate oder unter ägypten erhält höhere sterblichkeit so und immer wenn jetzt hier was aufpoppt auch hier die beziehungsverbesserung kriege ich im moment nicht weg das heißt die könnte ich natürlich wegbekommen möchte ich aber nicht obwohl die beschädigung hier gegen die kleineren könnte man wegfallen lassen man macht den braten im endeffekt nicht fett wir haben dann hier zwei bewegungen die kann man nicht ausblenden lassen und sobald hier jetzt nachrichten aufpoppen sehe ich nicht mehr wie viel generelle ich habe also das ist echt eine mittelschwere katastrophe hier hier geht es zum beispiel es sind nur zwei aufgepoppt und ich sehe nur noch den obersten general und das war im letzten mal genauso passiert hier in irgendeiner front irgendwas gummi in kasembe eigenes gummi wir haben in kasembe erfolgt so das hatten wir glaube ich schon hier migrations entziehung 9 gegen 1 das könnte ja oh das war ein guter gebietsgewinn da hätte ich als weiteres kriegsziel hier mal was angegeben dann wäre das grandios gewesen wir hätten das wäre vielleicht noch besser gewesen hier tickenden warscore und dann hintenrum konstantinopel erobern dass man das primäre kriegsziel halt hier setzt und insgesamt doch darauf hofft dass man irgendwie durchkommt und den frieden aufdrücken kann denn wir verlieren aktuell schneller kriegswillen als die 11 gegen 15 aber wir haben immerhin noch 5 generäle man muss eigentlich ständig stoppen um den rotz da einfach weg zu machen und obwohl seit der aufnahme jetzt seit der letzten 1,5 tage vergangen sind bin ich ob dieser tatsache der hässlichkeit der ui immer noch ein bisschen angeknötert würde ich würde ich jetzt mal nennen so hier hält die front da mache ich überhaupt keinen kopp in österreich hatte ich eben radikale gesehen aber noch keine revolution ja und hier ist jetzt wer hat denn da was erobert da ist irgendwas erobert worden von irgendjemandem jetzt sind sie da raus und ja die große scheiße beginnt wir verlieren ganz schnell krieg füllen dann der ist jetzt nämlich wieder in bereits schafft und wenn ich den jetzt dahin verlegen würde es gibt nur noch zwei fronten ich kann ihm nicht sagen gehe auf primäre kriegsziel und das ist wirklich grausam ganz ganz grausam dann gucken wir mal ob wir da was voranbringen können Ibrahim Bay hat ja irgendwelche offensiv ja und geht da noch mit ran und das wird auch schon wieder ein Schuss in den Ofen würde ich sagen zumal Italien jetzt ihr Kriegsziel haben und auch noch Ticking Warscore kriegen wir werden jetzt nämlich 1,8 verlieren während Italien 0,35 verliert also sechs mal so schnell bei uns fast ja 0,3 ähm gut fünf mal ihr habt ja recht Kongo Gummi das ist alles nicht unsers und solange das nicht zurück erobert ist und wieder eine neue Front bekommen versenkte Convois ja da geht es auch los da können wir schon mal reingucken Handelsruten die können wir schon mal weg machen wir können uns das alles leisten wir sind echt richtig gut dabei finanziell aber ja aber vielleicht zu wenig Truppen Schichtarbeit mir egal das Duell Nuretin Farid ist das nicht auch einer unserer wir verbieten duelle komplett so hier wird nicht duelliert und hätten wir hier Ankara ausgegeben als Kriegsziel dann hätten wir nämlich Ticking Warscore hätten wir hier Konstantinupel erstmal nur verteidigen müssen mal man kann's ja nochmal probieren Marine-Inversion Australien Ach, ne, 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 ne Lass das mal Ibrahim Bey ist ja unser Anatolien-Mann Den setze ich auch auf Front Verteidigen Hier Och, Gän Unser Kriegswille Geht flöten Und der Krieg Wird verloren gehen Wieder Und wieder Und wieder Dampf-Hilfs-Aggregate Was hatte ich denn beim letzten Mal genommen Stromerzeugung oder Pferdekopfpumpen Oder war ich hier irgendwo weitergegangen Hinterlader, genau Was ist das? Und wieder Die medizinische Sauberkeit. Man hat vorgeschlagen, dass einige der Krankenschwestern in der Front des derzeitigen Kriegs-Arabien gegen Italien dienen, neue Stadion in Sachen Reinigkeit übernehmen, die Zahl der Todeszellen zu beringern. Nur Aleppo? Nee, hier ganz Arabien sind zwar dann nur 10 Prozent, aber... 63 Konvois versenkt. Da können wir auch mal wieder gucken. Noch scheint es sich irgendwie... zu rentieren. Und solange sich das rentiert und wir noch ein bisschen im Plus sind, ist es okay. 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 British Sahara Schon wieder versenkte Konvois, Sprache im Klassenzimmer, Swahilische Schüler Da, ein General ist gestorben, das ist genau das, was ich meine, welcher ist gestorben? 42 im Nil-Hauptquartier verfügbar So, das heißt, wir müssten jetzt im Nil-Hauptquartier rekrutieren Nil Waldkampf, standhafter Verteidiger, traditionalistisch Dann rekrutieren wir dich doch So, dann bitte zurück Das heißt, die müssten jetzt 2 zu 1 aufgeteilt sein, in etwa Unterägypten-Ost-Tragien, das ist doch die Front, ne? Genau, welcher General ist das? Fuat Al-Tatavi Fuat Al-Tatavi Der ist Offensivplaner Dann bekommt der ein mehr Und der andere, den wir gerade neu rekrutiert haben Der bekommt ein mehr, damit wieder alle genutzt werden Den rekrutieren wir mit Front verteidigen hier Und ab Und ab Protektionismus beschließen. Das würde ich gerne tun. 14% nur, aber... Regierungsdefizit, 134. Warum haben wir da so viel Defizit aktuell? 90 durch Handelsrouten. Sollten dann vielleicht noch mal ein paar Regierungsgebäude in Auftrag geben. Regierungsverwaltungen. Sansibar noch eine. Wo haben wir viele Pops? Das ist schon nach Pops sortiert. 2, 3, 4, so, ab. Ja, mal guckt euch den Frontverlauf an. Das ist hier doch... Naja. Nicht drüber nachdenken. Schade, es gibt die Revolution in Österreich diesmal nicht. Ja. Okay. Wir haben jetzt schon fast komplett Ankara hier. Oder auch hier, wenn man ID ausgegeben, ausgerufen hätte. Das wäre alles besser ausgegangen. Generalfällig. Haben wir irgendwo eine weitere Front, oder was? Ja, da. Wer bist du? Du stehst auf Verteidigen. Das ist okay. Die machen hier weiter. Importroute für Artillerie abgebrochen. Und jetzt wird es nämlich kriminell. Nee, es ist immer nichts angezeigt hier. Protektionismus erhöht. Jetzt ist aber auch irgendwas passiert. Diplomatie-Spiel in Norddeutschland ist mir egal. Aufmerksamkeit. Hier ist es auch weiter. Ja. Hier ist es . Untertitelung. BR 2018